Bild und Text gehören zusammen. Verschiebe ich ein Bild, bleibt der Text aber auf der Strecke. Eine Gruppierung löst dieses Problem, weil es beliebig viele Einzelobjekte zu einem Gesamtobjekt zusammenschweißt. So geht's. Markieren Sie die Objekte, die Sie gruppieren möchten und drücken Sie die Tastenkombination STRG, SHIFT und G. G wie Gruppe. Die Objekte sind jetzt zu einer Einheit, der Gruppe, verbunden. Beim Verschieben des Bildes wandert diesmal die Bildüberschrift mit. Gruppieren ist hilfreich, wenn es um das Positionieren geht. Unverzichtbar wird es, sobald es um Skalieren, also Vergrößern oder Verkleinern von zusammengehörigen Objekten geht. Ein Beispiel. Das linke Schachbrettmuster besteht aus lauter Einzelobjekten. Markieren und anschließendes Verkleinern skaliert nur die Einzelobjekte, aber nicht das Schachbrett. Das ging also daneben. Das rechte Schachbrett ist eine Gruppe und aus Sicht von PowerPoint damit ein Objekt, das Sie nach Belieben verkleinern oder vergrößern können. Auch dieses Schachbrettmuster ist eine Gruppe, hat aber einen Schönheitsfehler. Das schwarze Quadrat fällt aus der Rolle. So ändern Sie einzelne Objekte innerhalb einer Gruppe. Klicken Sie auf ein beliebiges Objekt, um die Gruppe als Ganzes zu markieren. Jetzt klicken Sie das Objekt an, das Sie ändern möchten. Per Doppelklick blenden Sie die Zeichentools ein und versilbern das Brikett. Um eine Gruppe wieder in Ihre Bestandteile zu zerlegen, markieren Sie die Gruppe und drücken dann die Tastenkombination STRG, SHIFT und H. H wie? In Fort mit der Gruppe? Egal, es ist jedenfalls die Taste H. Egal, es ist jedenfalls die Tastenkombination STRG, SHIFT, 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 SH